Diese eine Bank, die Sie da vorne stehen haben, ist sie immer noch bei Ihnen oder ist die weg schon? Die weiße Bank, die hier vorne steht? Ja, genau die. Oben bei der Pfad, da war der weiße Bank. Ja, genau die. Keine Ahnung. Ist die noch zu haben oder gibt es die zu verschenken oder zu verkaufen? Keine Ahnung, da muss man einen Vater mal anrufen. Und sonst, der anderen Familie geht es auch so weit gut, ne? Ja. Und wie geht es Ihrer Nichte? Meine Nichte? Ja, Ihre Nichte. Gut. Und Ihre Schwester? Auch. Ja, korrekt. Nicole meinst du, ne? Ja, genau. Ja, die. Hier, wer ist die eigene Bude noch bei Ihnen? Brutzelkiste, wa? Das ist schon gefacht. Ja, genau. Das ist schon gefacht, Brutzelkiste. Ah ja, stimmt. Aber Nicole war die, die immer auch mithilft manchmal, ne? Die Schwester. Ne, ne, das war die nicht. Das war die nicht. Ah, entschuldigen Sie, da habe ich mich vertan. Ja, ja. Und sonst, kommen Sie mal rüber und mich besuchen. Ich hätte jetzt gerade Zeit, wenn Sie Bock auf einen Kaffee oder einen Tee haben. Wo bist du denn? Ja, in ein Haus weiter. Also das rechte. Hier, der Seitenfest. Ja, genau. Von der Tatte oben, äh, bei der, ähm, oder bei zwei Tee an der Pommesbude. An der Pommesbude, ja. Ja. Ja, da, das Haus direkt neben der Pommesbude, das rechte Haus. Klingen Sie unten bei Fröhlich. Bei Fröhlich? Mark Fröhlich. Mark Fröhlich, ja. Ja, haben Sie Lust? Ich würde Sie mal einladen auf einen Tee. Ihre Schwester hat mir viel von Ihnen erzählen, über Ihre Fähigkeiten und, ähm, ich hätte da vielleicht etwas, ähm, Jobmäßiges, was Sie, äh, interessieren können, falls Sie einen Job haben wollen. Oder einfach so, oder einfach so, Mann, Tee trinken, paar Kekse essen. Ja, gleich machen. Kommen Sie, kommen Sie gleich rüber? Ja, dann kommen Sie gleich mal rüber. Okay, ich danke Ihnen. Dann bis gleich. Ja. Ciao. Ja, bis gleich. Ja, Fröhlich nochmal hier. Ja. Sind Sie da? Wo bist du denn da oben? Ja, rechts. Bei ihr, bei... Bei links. An der Brutzelkiste. Ja. Rechts. Rechts runter. Ja, genau. Da ist doch so ein kleines Ha... so ein größeres Haus. Wir haben ein Familienhaus, ist das, ne? Ja, genau. Ja. Und da wohne ich drin. Ach, kannst du oben oder unten? Ne, unten. Ach, unten? Ja. Genau. Vom Sascha, vom Sascha, äh, so und so. Ja, ja, genau, genau. Genau, ja. Ja, ich komme jetzt mal drüber. Ja, okay. Ich bin dann da, ne? Dann bis gleich. Willst du vor die Tür wieder rein? Ich bin von, ich bin, ich bin drüber, klingel dir einfach, bei Fröhlich. Bei Fröhlich, ja, mach ich. Okay, ciao. Ja, ja. Familien, aus Flug am Strand, mit 516, jeder Waffe in der Hand, denn wir sind vorbere... Ja. Ja, Fröhlich nochmal. Und? Ja. Sind Sie von der Tür? Ja, ich bin hier von der Tür. Lindenbach und Zimmermann. Ah, ja, dann hat Zimmermann bei mir abgemacht. Dann klingeln Sie bei Lindenbach, dann wurde das schon drüber geklebt. Ganz oben, oder was? Ja, genau. Ganz oben, oder was? Ja. Mein Kollege macht den dann die Tür auf. Und so geht dann die Klingeln nicht, oder was? Doch, müsste. Ja, hatte ich auch auch. Das ist schlecht. Dann machen Sie, klingen Sie einmal drunter, bei Zimmermann, so, die machen die, bei Ihnen geht das auch. Die lassen Sie dann rein, dann gehen Sie zu mir hoch, ja, ja. Also. Und? Ja, der macht den aus. Versuchen Sie mal zu klopfen. Weil das Problem, ich bin gerade ein bisschen unpestlich, es tut mir leid, das will ich jetzt ungegangen sagen, aber ich bin jetzt gerade noch oben auf dem Tor auf der Toilette und ich kann ja schlecht runtergehen, deswegen können Sie vielleicht hinten rumgehen, da ist noch ein Eingang von hinten. Von hinten? Ja. Ein Hinteringang ins Haus. Aha. Also einmal rum, sind Sie unterwegs? Ja, ich bin schon hinterher, wenn Sie zum Haus gehen. Und? Ja, da. Ja, genau. Hallo. Hier ist ein Kollege dran, der wunsch da ins Oben, weil die Stelle geht nicht. Wie heißt der Nummer? Fröhlich. 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 Hallo? Ja, ja, ja. Oder sind Sie beim falschen Haus? Na, ich hab doch eben gerade die ganzen Namen mir doch gesagt. Ja. 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 Du hast doch gesagt nebenhin bist oder nicht. Ja, genau. Gehen Sie da nochmal hin. Ja. Ja. Er sollte auf die Toilette sitzen, deswegen. Ich war das. Zum Zimmer, wie heißt der Nummer? Fröhlich. 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 Ja, da bin ich schon falsch, ne? Ja. Ja, willst du auch schon mal essen weg bei dir? Die 15. Was? 15. 15. Ja. Ja. Ja, willst du mich jetzt veräppeln? Nein. Die 15? Die 15? Wo sind Sie denn? Ja, ich bin neben dem Inbus, Lebensrecht. Entschuldigung nochmal wegen der Störung. Null. Ja. Ja, ich bin mit dem Inbus. Wie heißt das? Ja. Ich bin mit dem Inbus. Ja. Wir grillen heute zusammen. Und nehmen jemanden dann gefangen. Einfach in das Auto rein gesteckt. Ja, 5,1,6 wollen heute Parra machen.